Jammjamm meine Lieben und willkommen auf meinem leckeren Kanal. Es ist draußen richtig kalt geworden und gerade an solchen kälteren Tagen gibt es für mich nichts besseres als eine große Schüssel warmer Nudelsuppe. Deswegen machen wir heute Ramnudeln. Ramnudeln sind in Japan sehr beliebt, kommen aber ursprünglich aus China und es gibt sehr viele verschiedene Variationen, wie man sie zubereiten kann. Für die Brühe kann man zum Beispiel entweder Sojasauce zu würzen nehmen, aber auch gerne Miso-Paste. Und bei den Toppings ist man da auch relativ frei und kann eigentlich drauf packen, was man möchte. Da ich leider keine Miso-Paste mehr da habe, zeige ich euch diesmal die Sojasauce-Variante mit Schweinefleisch, Gemüse und Ei. Viel Spaß! Wie ich schon erwähnt habe, ist man bei den Zutaten relativ variabel. Ich habe mich für eine Schweinefleischbrühe entschieden mit Zuckerschoten, Karotte, Sojasprossen und Eier drauf. Wir geben zuerst etwas Öl in einen Topf und werden das Schweinefleisch darin leicht anbraten. Das überschüssige Fett bzw. Öl sauge ich mit etwas Küchenpapier auf und füllen den Topf nun mit Wasser voll. So viel, dass es das Fleisch knapp bedeckt. Zum Fleisch kommt noch etwas Lauchzwiebel dazu. Diese habe ich gewaschen und grob geschnitten. Dann noch zwei Knoblauchzehen und ein paar Ingwerscheiben. Das alles kommt in den Topf und wird zusammen mit dem Fleisch gekocht. Deckel zu und für ungefähr 40 Minuten köcheln lassen. Gerne auch etwas länger. Nach 40 Minuten holen wir das Fleisch raus und schneiden es in dünne Scheiben. Die Brühe sieben wir einmal durch in einen anderen Topf und können diese dann anschließend würzen. Dafür nehme ich einen Esslöffel Salz, vier Esslöffel Sojasauce, Für Ramen nehme ich gerne die japanische Sojasauce von Kikuman, aber ihr könnt auch gerne eine andere Marke nehmen. Einen Esslöffel Sake und zum Schluss noch einen Esslöffel Sesamöl. Optional kann man auch noch etwas weißen Pfeffer dazu geben. Dann ist unsere Brühe schon mal soweit fertig und kann warm gehalten werden, solange wir alles andere zubereiten. Bei den Zuckerschoten mache ich die Enten ab und ziehe die Sehne. Wie nennt man sowas beim Pflanzen? Jedenfalls ziehe ich das auch ab. Dann wasche ich diese natürlich und schneide die Enten nochmal schön. Anschließend werden sie dann kurz im Wasser blanchiert. Nicht zu lange, denn sie sollen noch grün und knackig bleiben. Die Karotte habe ich ebenfalls gewaschen und diese schäle ich dann mit dem Schäler in so dünne Streifen. Zum Schluss können dann die Nudeln gekocht werden. Diese brauchen nicht so lange, das sieht nach sehr viel aus, aber da sind auch ungefähr vier Portionen drin. Wenn alles soweit vorbereitet ist, dann können wir anfangen, unsere Schüssel schön anzurichten. Zuerst etwas für unsere leckeren Brühe, dann die Nudeln, darauf kommen die Fleischscheiben, etwas Zuckerschoten für die grüne Farbe, für das Rot nehme ich die vorbereiteten Möhrenstreifen, diese werden zusammengerollt, dann das mittelhart gekochtes Ei, also die Hälfte, ein wenig Sojasprossen und zu guter Letzt, was nicht fehlen darf, etwas klein geschnittene Frühlingszwiebel obendrauf. Mh, das sieht so schön und so lecker aus. Mh, yum, yum. Ich liebe Rammnudeln, es ist einfach zuzubereiten und sehr lecker. Ich hoffe natürlich, dass euch das Rezept gefallen hat, wenn ja, dann gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.